Heute Nacht im Super Bowl 51 wird Tom Brady seinen fünften Ring nicht gewinnen. Die Atlanta Falcons werden gegen die New England Patriots ihren ersten Super Bowl Titel feiern. Grund hierfür einfach zu viele Waffen. Matt Ryan, MVP der NFL gestern noch geworden, kann einfach aus einem riesigen Arsenal schöpfen. Und selbst Bill Belichick kann das nicht alles stoppen. Geheimwaffe hier, heute Nacht für mich Tevin Coleman, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und am Mittwoch bei unserer ersten großen Show werdet ihr natürlich die Analysen zu diesem Super Bowl fachgerecht serviert bekommen. Von Pitch, von Buki und von mir. Also abonniert unseren Channel hier auf YouTube, folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und wir sehen uns am Mittwoch. Und heute Nacht viel viel Spaß euch an.